So, da haben wir ein schwaches 60er Signal gehabt. Schauen wir mal, was das ist, was das ist. Okay, ich glaube, ich sehe es schon. Okay, ist ein Müll. Okay. So, Leute, einmal ein Oberflächenfund. Hier ist er. So, da haben wir den einmal raus. Jawohl. Ich glaube, zwei hell oder so. Jawohl. Super, okay. So, das nächste Signal mit 65. Ah, da ist etwas. Da ist etwas. Ein kleiner Knopf. Okay. So, da haben wir einmal ein Oberflächensignal. Ah, da ist etwas. Jawohl. Steckt hier drinnen. Steckt hier drinnen. Okay. Na ja, nehmen wir einmal mit. So, da haben wir ein 69er Signal. So, da haben wir ein 69er Signal. Okay. Nehmen wir mit. Okay. So, jetzt gehen wir einmal ein Stückchen. So, da haben wir ein schwaches Signal. Mal schauen wir einmal. So, das ist der Draht. So, da haben wir ein 61er Mal. So, da ist es drinnen. So, da ist es drinnen. So, einmal 66. Aha, da ist es drinnen. Okay. Und jetzt geht das drinnen. So, da ist etwas drinnen. So. Oh, da sind wir ein. Oh, da ist es drinnen. Und es drinnen. So, das geht es drinnen. So, da ist wir drinnen. einmal Müll, jawohl. So, hallo alle zusammen, das sind die Funde von heute. Leider ist mir der Akku leer gegangen am Feld, genau mitten in der Suche. Das sind noch die original Funde, noch schmutziger ist alles, nichts gereinigt. Ich werde sie jetzt mal reinigen und dann zeige ich euch das, was ich alles so gefunden habe heute. Okay, ach so, da kann ich ja keinen 1 Euro oder so. Na ja, okay, ich werde das einmal reinigen und dann zeige ich es noch einmal. Bis gleich. So, das sind die Funde von heute. Einmal jetzt ist auch die Schnelle gereinigt. So, einmal das, keine Ahnung was das ist. Einmal das, ein Ladestreifen müsste das sein. Ein einziger Kompletter. Die anderen sind ja immer so kaputt. So, einmal eine Patrone. So, dann einmal ein Schilling. Dann einmal ein Euro. Dann einmal, das müsste schon Pferdegeschirr sein wahrscheinlich. So, dann einmal ein Kreuzer, 1800. Dann hier ein Reichspfennig. So, dann einmal ein Knopf. So, das ist das mal so. Anstecke. Aber leider kaputt. Kann man leider nicht mehr viel erkennen. Na ja. So, dann einmal das. Ist wahrscheinlich für Strom. So, dann zweimal 2 Helder. Zweimal 10 Groschen. So, da so ein halbes Kreuz. Der untere Teil und der obere wahrscheinlich abgebrochen. Dann hier wieder auch so ein kleiner Knopf. Und ja, das war's. Und der Rest hier. Das sind nur Müll. Okay. Ja, leider konnte ich keine Videos drin, da der Akku leer war. Aber ja, das sind die Funde von heute. Circa zweieinhalb Stunden. Okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.